Heyo Leute, was geht? Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu E-Wolf Stage 2. Vorletzte Folge, versuchen wir es doch nochmal. Online, Coop vs. KI. Ich werde diesmal ein paar mehr finden. Ja, heute ist aber ein anderer Aufnahmetag als die letzte Folge. Auch ein bisschen später, heute mal 10.30 Uhr. Naja, und wie ihr auch sehen könnt, sind diesmal auch ein kleines bisschen mehr Spieler online. Ja, ne, ich hatte es ja schon mal angesprochen. Es gab ja jetzt halt den Berichtsbeitrag darüber. Ähm, dass, äh, die, die, ja, dass, ähm, die Arbeiten an E-Wolf halt eingestellt werden. Ja, und wie man das halt auch schon merken kann, ja gut, kann natürlich auch, wie gesagt, an der frühen Stunde liegen. Auch können wir nicht was anderes spielen. Die Karte hier habe ich schon so oft gespielt. Ich möchte mal was anderes spielen. Ne, wollen sie nicht. Naja, so, vorgeschlagen. Gut, mir. Aha. Ich müsste mir die ganzen anderen kaufen. Was ist das denn? Was darf ich nur mit spielen? Medic. Die hatten wir ja schon mal gespielt, aber... Was haben wir denn hier? Waffen-Skins. Arktis. Valkyra. Phönix. Ne, kostet Geld. Ne, schade. Naja. Full-Skins. So. Was haben wir denn hier noch unter Jäger-Skins? Ne, müsste ich mir auch alle freischalten. Naja. Okay. Die Gruppe lang genug aufgehalten. Äh. Bewegungsgeschwindigkeit. Sprintgeschwindigkeit. Ähm. Wo machen wir hier? Nur das eine. Kann ich nicht das ausrüsten. Und das ausrüsten. Okay. Okay. Okay, ich war nicht der Einzige, der so... lang braucht. Naja. Schauen wir mal heute, wie es mit der... Quanten-Kaira geht. Quanten-Kaira geht. Ach, heute nur gegen Goliath. Normalen Goliath sogar nur. Naja. Weiß nicht. Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, gegen Behemond gespielt. Kann das sein? Ja, das hatte ich euch ja auch schon mal vorgelesen, ne? Ach so, diese komische Mine verleiht eine Schadensresistenzerhöhung. Okay, ja gut. Dann habe ich das letzte Mal so ein bisschen das falsch gesagt. Halt Jäger und verletzt Monster für kurze Zeit in der Umgebung. Dann ist das... Generist... Zweifil... Na ja. Ja, die Folge... In der letzten Folge, da habe ich halt noch meinen normalen RAM gehabt. Die Folge nehme ich jetzt mit meinem neuen RAM auf. Na, jetzt habe ich 16 GB. Ja, ich wollte mir ja eigentlich 32 GB holen. Aber, na ja. Die Läden, die haben meinen RAM nicht gehabt, komischerweise. Die haben nur... Zwei 8 GB Riegel gehabt. Ne, ich war in zwei Läden. Naja. Ne, ich bin sowieso mal gespannt, wie das hier mit dem Spiel überhaupt weitergeht. Ob sie die Server überhaupt online lassen für immer. Oder ob irgendwann mal die Server geschlossen werden. Wer ist ein braves Schnappmaul? Wer ist ein braves Schnappmaul? Das muss ich mir merken, auch hier. Das schadet nämlich auch den Monstern. Das meine ich nicht. Ich glaube, Daisy ist krank. Oh, ja. Sie hat seit ein paar Tagen flüssigen Stuhlgang. Ich wusste nicht, dass das nicht normal ist, bis ich die Schnappmäuler hier gesehen habe. Sie hat wohl einen Darmparasiten. Kannst du ihr helfen? Na ja, ich bin kein Tierarzt. Aber vielleicht. Hier gibt's jede Menge Ammoniak und Formaldehyd. Ich kann ihm wieder Zoll herstellen. Das tötet alles in ihrem Magen. Macht sie wieder zu einem glücklichen Alien-Hundeding. Danke. Alien-Hundeding. Daisy ist mir echt wichtig. Hey, sie ist uns allen echt wichtig. Kleine Vögel fluchten. Das Monster schrägt sie auf. Oh, ein Albino. Oh, das ist die Falsche. Ja. Leute, was haltet ihr mal von Skin? Also, ich hab jetzt gerade die Spur verloren. Ich hab die Spur verloren. Ja, ich muss mal in der Nähe von meinem Team bleiben. Ja, aber wo ist das Monster? Ich seh gar nix hier. Haben wir keinen Trapper mit Planetenscanner? Ich töte gerade was. Dauert nicht lang. Tjo. Ich bin verletzt. Jeder Kampfunfähig. Hilfe. Ja, ich versuche es. Ach, du Scheiße. Ach, Mann. Naja, ich hab's versucht. Ich brauche etwas Hilfe. Da ist ein Albino. Naja, ich versuche mich mal kurz. Können Sie hier etwas Hilfe gebrauchen? Die Vögel. Die Kreatur hat sie aufgeschreckt. Jägerkampf und B. Oh, schon okay. Kommt, wenn ihr Zeit habt. Ach, Mann. Schönen Dankau. Du bist der Verstärkung. Heilung, Weltbereit. Hoch, Tyra. Wir brauchen dich. Ach, Mann, ey. Du bist meine Verstärkung. Nein, da komme ich auch nicht mehr richtig. Vergiss das nicht. Heilungsfeld gelandet. Soliath, ich werde dich vernünftet. Ich kümmere dich um diesen Albino. Das ist das Biest. Oh, Mann. Ach, verdammt, Mann. Wo sind die jetzt überhaupt alle? Also, das ist diesmal kein gutes Team. Leider. Ich... Das ist die Ach, verdammt. Ai, 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 ai. Danke, danke. Ich erledige den Albino. So. Das Monster hat sich verdicken. Wir haben das Biest fressen lassen, das war ein Fehler. Irgendwo da hat sich das so angehört. Hier hat die Vögel aufgeschränkt. Da, da hinten ist das Vieh. Ich erledige den Albino. Wo ist er? Das ist nicht in die Falle, töte dich. Jetzt habe ich die Spur wieder verloren. So, ich habe die Spur wieder verloren. Ja, da sind wir. Hier jetzt aber ganz weit weg. Ich glaube aber nicht, dass ich noch rechtzeitig komme. Ne. Probier dich mal weg. Feuer! Feuer! Rüstung! Rüstung fährt herunter. Ja. Halle gelegt! Super. Das war's für mich. Ja, weiß ich nicht. Diesmal richtig... Naja. Nicht so ein gutes Team diesmal. Diesmal nicht so ein gutes Team. Der Trapper nicht so gut irgendwie, weiß ich nicht. Ich sehe unsere Beute, aber sie sieht uns nicht. Oh, Mann. Jude war auch nicht unbedingt... ...ne Glanzleistung von mir gewesen. Verstärkung im Anflug. Darf ich denn jetzt nochmal, wenn ich wieder darf? Ja, okay. Jubi. Wir sind auch mal. Würde, Würde. Und sogar zwei von uns waren gestorben. Äh, wo? Monster gefangen! Äh, wo? Du bist gewachsen! Du nicht genutzt! Na, ein Albino! Dafür haben wir Zeit! Achtung! In Deckung! Schirm ist weg! Das Monster schießt nicht! So, steht alles! Der Schadensverstärker ist aktiv! Feuer eröffnet! Haft doch nicht dran! Das ist viel bloß. Es hat keine Faktoren mehr. Kuppel fährt herunter! Fallen bereit! Her mit dem Monster! Näger eine Falle! Heilungsfeld ist wieder geladen Da ist ein Almena Das Biss nehm ich mir vor Ihr Kinder so seid ihr Sieh zu Das Monster stufe 3 erreicht Oh man Ja kümmer auf zum Stromrelais Na komm schon hoch da Mal kurz nachladen hier Boah da wie weit ist das Stromrelais dann weg Stromrelais wird aktiviert Ja Moine Herren ey Ja Na ja 2 Sekunden habe ich wieder da Selbst Hamster lernen aus ihren Fehlern Bist hat einen Felsen Verteilen Das Fisch tut voll Boah ätter Ja 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 加 Ja 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 aufgeladen ich sollte mal lieber bei meinem team bleiben wir haben hier ein besonderes exemplar ach ja ein besonderes tier wir sollten es unschnappen stromrelais schild aktiviert naja ich bleibe lieber hier beim stromrelais ja naja sollte natürlich mein team nicht in stich lassen gibt es nicht und ich sag noch ja Goliath normaler Goliath naja ich erledige den Albino das da ist ne seltene Kreatur naja ja 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 saja naja eine Minute zu zehn müssen wir nur durchhalten Dann haben wir das Vieh nämlich auch hat das Vieh auch verloren. Das ist auch heftig. Und das ist KI. Und wir haben da jetzt mindestens einen richtig erfahrene Spieler dabei gehabt. Ja, also das war wirklich nicht dumm. Also es ist wirklich als allererstes auf den Medic gegangen. Aber auch nicht. Ich kann nichts ändern. Kann ich nichts ändern. Hör, seh zu. Wenn es jetzt noch den letzten Jäger erwischt. Alter, was war das für ein Team? Naja. Na ja, Leute. Tut mir auch sehr leid. Also kann ich auch nichts dafür. Also das Team, das war jetzt auch nicht unbedingt so das Beste gewesen. Aber, naja. Ja, Leute. Ne, bedanke ich mich auf jeden Fall. Vielmals fürs Zuschauen für diejenigen. Und lasst doch die Daumen runter. Das sind sowieso die letzten zwei... dieses und das nächste Video ist das letzte Video, was ich mache. Ne. Naja. Ja. Würde mich auch freuen, wenn ihr wenigstens das letzte Mal auch nochmal einschaltet. Ne. Ja, also Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.